Hallo meine Lieben, das sind meine Haare, welche ich hier nicht eingedrückt habe. Ich habe eine leichte Welle und ich bin ein paar Mal gefragt worden von euch, Linda, zeigt mir doch mal, wie machst du deine Locken? Wie drehst du deine Haare ein? Das zeige ich euch heute natürlich sehr, sehr gerne, denn ich nenne meine Haare immer, wenn ich hier eingedrückt habe. Ich habe Beach Look oder California Beach Look, weil dort drüben wirklich jede Frau mit Locken rumläuft und egal wo die arbeitet, ob schwarz oder weiß, dick oder dünn, groß oder klein, egal was für einen Stand, die Leute haben alle immer richtig schön eingebrillte Haare. Vor allem gehen die auch so an den Strand, total geil. Als allererstes braucht ihr einen Hitzeschutz. Ich habe einen von L'Oreal. Also einmal über Kopf kurz einsprühen. Ich teile dann meine Haare einmal hier in der Mitte einmal ab. So, ich drehe dann immer hier so ein, in so einem kleinen Miniknoten und fixiere das einfach mit einer Klammer. So, sieht entscheidend aus. Ist es auch. Und jetzt teile ich die einmal, ich zeige euch das, wie ich das mache. Ich teile einmal die Haare in zwei Hälften und dann braucht ihr den Handschuh. Ich brauche den Handschuh auf jeden Fall, weil mir ist das auf jeden Fall viel zu heiß. Und dann teile ich hier nochmal zwei Hälften ab. Zwei gleichmäßige Hälften. Ich habe gar nicht so viele Passés, die ich mache, weil es muss immer schnell gehen. Also ehrlich gesagt, Leute, ich drehe die Haare immer in vier bis fünf Minuten ein und nicht immer echt top danach aus. Und dann nehme ich meinen coolen Amica Lockenstab. Da habe ich den größten Aufsatz auf. In der Packung sind drei Größen. Und damit drehst du deine Haare ein. Du kannst die Haare so aufdrehen, dass du wirklich die ganz glatt eindrehst. Oder, wenn du mehr den Beachy-Look haben möchtest, dann guck, dass du das nicht ganz so glatt aufdrehst. Ich drehe die dann immer so rund ein. Dann halte ich das Ganze immer für 20 Sekunden. Dann zähle ich den Kopf immer runter. Und wisst ihr was, wenn mir dann auch echt langweilig ist, hier beim Eindrehen, mache ich noch was kurz. 10, 9, 8, 7. Das ist ein kleines Kreuz. Das mache ich immer. Total bescheuert, ne? Okay. Und lösen. So, dann öffnet ihr das Oberhaar und die teile ich dann meistens in drei Hälften auf, je nachdem wie viel ich geschnappt habe. Einmal für hinten und einmal für die Seiten. Weil ich natürlich einen schönen Beachlook haben möchte, teile ich hier nochmal auf zwei auf und drehe ein. Die Haare sehen irgendwie doof aus oder ihr wollt einfach ein bisschen was Besonderes. Dann dreht euch die Haare einfach ein, echt. Und die auch mal schön aufkordeln. Ja, und wie das quorkt. Zehn, neun, acht, sechs, sechs, vier, drei, zehn, acht. So, jetzt möchte ich aber hier nochmal so ein paar Akzente reinbauen, ein bisschen von weiter oben und dann schlappe ich mir hier nochmal so eine Strähne und drehe nochmal kurz ein und das ist praktisch so mein Feintuning am Schluss. Da siehst du immer aus, als wärst du gerade frisch vom Friseur gekommen. Ihr seht, der Lockenstab erhitzt sich hier auf 180 Grad, erhitzt sich in ungefähr drei Minuten, dann habt ihr den auf Hollepuller, richtig cool. Vorsichtig irgendwo hinlegen, wo die Kinder nicht dran kommen oder die Haustiere, dann geht ihr mit den Händen durch und ihr seht, ihr braucht die eigentlich gar nicht durchkämmen, ihr seht schon, die Locken entwickeln sich. Wenn ihr jetzt möchtet, könntet ihr noch hinten sogar die Haare ein bisschen fixieren mit einer Klammer, dann habt ihr hier nochmal richtig schön Volumen am Hinterkopf, ich finde das sieht immer total cool aus und ohne dass ihr jetzt so einen riesengroßen Aufwand betrieben habt. Und fertig ist eure Frisur, so und so mache ich das ganz oft und wenn ihr auf jeden Fall irgendwo hingeht, wo es vielleicht windig ist oder ihr seid auf einer Hochzeit, ein Spray, hier ist ein Fixierlack, das ist was ganz anderes als Haarspray, der pumpt nämlich immer noch wie Volumen in das Haar und die Haare bleiben so ohne dass sie verkleben. Und das finde ich ganz cool irgendwie. Und dann seht ihr auch schon, wenn ihr die so leicht auseinanderzieht und nochmal kurz so durchknetet, das Haar bleibt so. Also das ist echt sensationell. So jetzt vergleicht ihr mal die andere Seite, die hängt hier, obwohl ich jetzt hier nichts Großartiges gemacht habe. Jetzt könnt ihr noch so ein bisschen auseinanderziehen. Also das ist echt ein Mega-Effekt, wie ich finde. Das ist für mich echt ein Wunder, bitte. Sollte ihr es einfach mal öfter benutzen. Und dann zieht ihr die Haare so ein bisschen so leicht auseinander. Dann kämmt ihr euch die Haare noch ein bisschen zurecht. Wer es mag, ich bin da nicht so ein Fan von, der kann sich da hinten das Hinterhaut nochmal ein bisschen auftupieren. Sieht auch mal ganz cool aus. Und so habt ihr einen richtig schönen California Beach-Doc. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und die Produkte und vor allem auf der Lockenstab, die findet ihr unten in meiner Infobox. Dann macht's mal gut. Tschüss und bis bald.